Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Das hier ist so ein ganz kurzes Video, ein ganz kurzer Aufruf zu dem Thema Arschhoch. Wir müssen etwas tun, wir müssen uns bewegen, wir müssen unseren Arschhoch bekommen und gemeinsam als Einheit etwas unternehmen. Und zwar, die TPD 2 steht kurz vor der Tür, besonders halt Artikel 20, der das Dampfen, so wie wir es jetzt kennen, zunichte machen wird. Wir müssen als Einheit, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Denn nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, nur wenn alle zur gleichen Zeit dasselbe tun, können wir stark sein, können wir erfolgreich sein und können etwas unternehmen. Es hat noch keinem Menschen auf dieser Welt irgendetwas gebracht, nichts zu tun. Klar, kann man denken, schon wieder eine Petition, bringt doch eh nichts. Wissen wir es? Nein. Es kann natürlich auch sein, dass die Petition uns nichts bringt. Dann haben wir es aber wenigstens versucht. Wir haben noch Zeit, bis zum 28. Januar 50.000 Stimmen zusammen zu bekommen. Aktuell haben wir knapp 18.000 Stimmen. Wir hatten jetzt durch die ganzen YouTuber, auch internationale YouTuber, die ihren Support gegeben haben, jetzt nochmal einen großen Peak nach oben, von knapp 10.000 auf 18.000. Bewegt euren Arsch. Bewegt eure Familie, bewegt eure Bekannten, eure Verwandten, alle Mitdampfer, egal ob Ego-Tee, Ego-Cee, Schlafmilch-Tod, etc. Oder auch nur Segalikes benutzt werden. Bewegt euren Arsch. Unterschreibt die Petition und helft, einen Unterschied zu machen. Helft, zusammen etwas zu bewegen. Helft, aus einer Gemeinschaft, wie sie oft genannt wird, eine wirkliche Gemeinschaft und eine Einheit zu machen. Also, ich verlinke euch das Ganze hier unten. Es dauert zwei Minuten. In der Zeit, die ich euch jetzt zugelabert habe, hätte sie auch schon die Petition unterschreiben können. Also, bewegt was. Ich bin raus. Ich bin raus.